Wir checken uns noch einmal Unusual Memes rein und dann gehen wir rüber in die Craft-Attack, Olga. Let's go. What the fuck, Alter? Schmeiß das gegen die Wand. What the fuck, Digger. Hä? Hat der gerade ein Baby getradet? You get your own juice now? Junge. Ach, ach Junge. Ach Junge, komm. Oh my God. Oh, Waschbären. Digger, Waschbären sind so süß, wollte ich gerade sagen und das Ding beißt ihm einfach in die Hand. Elite Revive, danke schön. Absolut dumm. Kannst du ja nicht machen. Kannst du ja nicht machen. Kannst du ja als Lehrer nicht machen, deinen Schülern sagen, macht mal. Big Gift. Let's try that again. Oh mein Gott, ist das fett. Ist das ein Park-Sensor, oder? Oh, Digger. Digger, wie viele Perspektiven noch? Bro. Imagine heaven, äh, Zement-Kissen einfach. Los, 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 los. Schade, Digger, schade. Das ist ein Hund oder ein alter Mann? Das ist ein Hund. Wie findest du meine E-Mail wieder? Like, honest, it's preposterous now. Y'all, y'all, y'all don't... What is this? What is this? What is... Chillig, bro. Nice tracks. Oh Gott, ist das süß. Oh. Geht das? Geht das, IRL? Funktioniert das? Oh, das ist so süß, Mann. Das ist so süß. What the fuck? What the fuck? You're back in here now. Oh. He somehow managed to capture an amazing shot of a bee-collision. What the fuck? Oh, yo. Und ich dachte immer meine Sache wäre weird. Maschine. Eine Gazelle. 40 Kilo Übergewicht. Oh. Scoop, scoop. Here we go. Kling back a little bit. Have fun. Ah! 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 Some people. Manche Tiere sind so damn clever, Alter. Zum Beispiel würde ich von Papa Platte niemals erwarten, dass der eine Tür alleine aufbekommt. Guck mal. Nein. Nein, Bro. Nein. Alter. Checkt ihr das? Das ist ein GLE. Ja, und da hängt so ein Ding runter. Oh, shit. Digga. Da sitzt aber dieses Saw-Monster im Auto. Hört mal genau hin. Ah, scheiße. Junge, also... Die hat... Da so... So... Nicht mal wenn ich einen Corona-Test bekomme, höre ich mich so an. Ich finde Enten so scheiße, Alter. Ich habe auch schon mal ein Schild geklaut, so von der Straße. Einfach haben wir mal abgesägt, weil wir besoffen waren. Ist das verheert? Ja, aber ich müsste. Oh, fuck. Oh, nein. What? Bro, da sitzen vier Eulen auf deinem Lenkrad. Mach mal weg. Hä? 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 Wie ist das da reingekommen? Oh, Füchse sind so schöne Tiere, oder? Nie im Leben. Ab dafür, Kollege. Was keiner weiß, auf der Seite ging es 20 Kilometer runter. Oh. Warum bist du so dramatisch, Mann? Bring deinen Scheiß. Let's go, Champ. Ich kann dich sehen. Are you really? Natürlich. Was ist mein Füchse-Name? Ich werde dir meinen Füchse-Name sagen. Und wenn es nicht der richtige ist, werde ich dich alle kenne. Und cancel meine Füchse... Oh, nein. Oh, nein. Der arme, Bro. Der arme. Oder er geht ins Paradies. Wer weiß. Maybe fährt er auch auf die Mülldeponie, wo es actually ganz nice für ihn ist. Was ist das für ein Rechner? Ich weiß ja nicht, Alter. Ich weiß ja nicht, ob das so safe ist. Ich weiß ja nicht, ob das so safe ist. Ey, Tiere sind so clever einfach, oder? Liked er auch was? Ne. Aua. Ist das ein Biber? Dude, wieso haben diese Leute so weirde Tiere zu Hause? Enten, Biber, Füchse. Alles, Bro. Alles. Ganz sweet. Wie fühlt sich der Schwanz von den Bibern? Ist der so nice? Oder ist der so schuppig? Kann man... Ach. Kann man da so draufbeißen und fühlt sich das funny an? Oder ist das eher so... Wie so schuppig. So ledermäßig. Leder? Ihr habt einen Biber. Ach, halt die Fresse. Keiner von euch hat einen Biber zu Hause. Keiner von euch hat einen Biber zu Hause. Will das... Raufbeißen. Ja, weil... Wisst ihr, was ich meine? So... Also... Das ist dann... So... Ähm... Kennt ihr das nicht, wenn ihr so Sachen fühlt? Und ihr wollt dann... Da draufbeißen, weil eure Zähne anders fühlen? Wisst ihr, was ich meine? Ja? Ihr wisst, was ich meine, oder? Da, Flott. Dankeschön. Finde ich sehr, sehr geil. Macht wirklich Spaß, das Ding. Ehrlich. Vielen, vielen Dank dir, Bro. 30 Euro out of nowhere. Aua. Oh, Digga. Also, den mal wegboxen, oder? Ey, ey, ey. Kuddeln. Oh, ist schon süß. Oh. Oh. Ui. Ui. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Hold up, bro. What? Look how long he's motherfuckin' is. They got me fucked. Digga. Also... Are you fucking... Einfach Sascha, wenn er versucht, einen Klimmzug zu machen, Bro. Katzen sind so weird, oder? Katzen sind weird. Hunde machen wenigstens solche korrekten Sachen. Albturm, 1337. Dankeschön für deinen Sub. Kuss, Digga. Hunde sind korrekt. Guck mal, was die können. Katzen sind so dumm. Die Frage ist halt, wie kommt er da weg? Und wie ist er da hingekommen? Alax, Soos. Dankeschön, Bro. Kuss. Oh, so ein Happy Boy. Vielen, vielen Dank dir trotzdem. Was machst du für ein Leben, Mann? Ich investiere in Stochen, Mann. Stochen? Das ist cool, Bro. Das ist cool. Kannst du mir einen Push real quick, Bro? Yeah. Die fällt da runter. Geil. Ja. Geil. Ja, dumme Frau. Entschuldigung. Nein. Yo, Bro. Entspann dich mal. Geh mal zurück da, wo du herkommst, Alter. Imagine diese komische Seegurke von Monte. Klettert aus seinem Aquarium und geht ihm zwischen die Beine. Nein. Nein. Digga. Wildester Stuhl der Welt. No one. Really knows. Anyway, it's getting late. Good night. Ach, Digga. Unusual Memes. Immer wieder wholesome and nice. Wirklich. Immer wieder nice. Immer wieder nice.